Juden Tag und herzlich willkommen zurück zu Ixion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal habe ich versprochen, dass wir uns mal angucken, was hier bei Dog 0202 so los ist. Das machen wir auch gleich. Allerdings würde ich ganz gerne einmal checken, wie sieht es denn hier aus eigentlich? Hier haben wir noch eins gebaut, ne? Weil wir müssen langsam mal dafür sorgen, dass die Leute ein bisschen zufriedener sind. Ich meine, im Großen und Ganzen haben wir keine Probleme. Aber wir werden mal... Moment mal. Hier können wir ausschalten, das gute Ding. Ja, das können wir ausschalten. Wir werden einfach mal hier sehen, dass wir die ganzen Quartiere einmal aufwerten. Wobei wir jetzt hier an der Stelle noch nicht genau wissen, wo wir sie überhaupt hin platzieren, ne? Doch, hier oben kommt noch auf jeden Fall eins hin. Warte mal. Denn, ich hatte es ja bereits gesagt, für diese besseren, optimierten Quartiere erhalten wir hier, wir sehen hier schon, plus eins durch Hauptunterkunft Quartier. Durch optimierte Quartiere bekommen wir dann plus zwei. Heißt, sollten wir auf jeden Fall drauf hinarbeiten. Und es geht nicht darum, dass alle in diesem optimierten Quartier leben, sondern nur darum, dass eben der Großteil der Menschen in diesen optimierten Quartieren leben. So, jetzt gucken wir gerade mal, wie sieht es denn hier aus bei Sektor 690, 187. Okay, da haben wir definitiv noch nicht genug. Ach ja, hier sind ja jetzt gerade sämtliche Fabriken aus, ne? Die müssen wir auch noch ein bisschen auslassen. Jetzt haben wir hier natürlich keinen... Doch hier, hier oben ist da noch was. Machen wir das mal auf. Dann können die... Die Baustellen auch bedient werden, ne? Es wurde ein bisschen knapp hier oben. Warte mal, hier haben wir noch irgendwo welche. Irgendwo müsste hier noch welche sein. Hier, 170 haben wir eingelagert. Ich bin blind. Oh. Was ist da gerade passiert? Irgendwas ist da gerade passiert. Irgendwas haben wir gerade abgeschlossen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ist ja auch nicht so schlimm. War auf jeden Fall grün insofern positiv. Warte mal. Hier, 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 hier. Hier, F-E-F-E-F-E. 160 Legierungen in diesem Sektor. Hier unten, da ist es. Oh Gott, Leute. Ich fürchte, ich muss niesen. Ah. Huh. Sag mal. Gibt es hier irgendwie Weltraum-Papageien oder so? Irgendwas habe ich gerade gehört. So. Hier müssen wir dann auch nochmal sehen, wie wir uns hier am besten durchbasteln. Und zwar haben wir ja hier. Hier passt das einigermaßen. Aber hier passt das eben noch gar nicht, ne? Hier in der... Hier den Sektor. Den müssen wir nochmal komplett umbauen. Das ist hoffentlich jedem bewusst. Wie sieht es denn hier aus? 370 zu 400. Ja, das reicht natürlich nicht. Hier drüben werden wir mal ein bisschen anfangen. Genau. Wir machen erstmal hier. Dann können wir nämlich einige von denen, von der Bevölkerung hier, von der nicht arbeitenden Bevölkerung, können wir dann von hier in die anderen Sektoren verteilen. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Dann können wir einige von den, hier von den Quartieren können wir abreißen und dann eben durch größere ersetzen. So, sobald das hier gebaut ist, reißen wir die zwei hier ab. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier bei Dork so los ist. Wir haben Asteroid Dork 0202 erreicht. Das Bergbauschiff Scheptel trieb in der Nähe. Offenbar wurde es von einem sich schnell bewegenden Objekt durchbohrt, was den Piloten sofort tötete. Äußere Markierungen lassen darauf schließen, dass die Scheptel ein Bergbauschiff, Schiff der Protagoras war. Extrahiere Navigationstaten von der Scheptel. Das tun wir, das tun wir. Wir haben noch gar nichts erforscht, ne? Wir müssen natürlich jetzt langsam uns mal auf den Weg begeben. Wir haben zwar noch eine ganze Menge hier von dem ganzen Kram. Hier sind wir bei acht von zehn Zyklen, sprich gleich können wir die Fabriken auch wieder anschmeißen. Dann würde ich sagen, wir schicken mal eine Sonde raus und gucken einfach mal, was wir hier noch so schönes entdecken. Komm, noch ein Stück. Muss doch hier gehen. An euch, die ihr auch spielt. Habt ihr auch diesen Trigger, dass es beides hellgrün leuchten muss? Ich kann jetzt hier, geht nicht. Ich muss jetzt definitiv hier den richtigen Spot finden, damit beides grün leuchtet. Und den finde ich. Pass auf. Warte mal, wo ist denn? Hier, da ist er. Da ist er. Und dann können wir hier schön unsere Bergungs- und Raumfahrtschiffe, unsere Bergbau- und Frachtschiffe, so, können wir dann hier wieder ein bisschen durch die Gegend schicken. Ich weiß schon, dass das hier schädlich für unsere kleinen Raumschiffe ist. Hier können wir aber mit unserer Tycoon, können wir hier durchfliegen. Deswegen werden wir mal sehen, wie wir hier in diesem Sektor am besten vorgehen. Schauen wir mal. Gucken wir uns einfach mal an. So, Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch. Damit das hier vielleicht mal ein bisschen schneller geht. Vor allem, damit wir hier endlich diese Zyklen mal hinter uns haben. Was fehlt? Was passiert? Was ist los? Trotz ihres hohen Proteingehalts sind Nahrungsmittel auf Insektenbasis immer noch mit Vorurteilen und Abneigung behaftet. Beschwerden über diese Nahrungsquelle nehmen zu. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist ein notwendiger Bestandteil des sozialen Friedens. Garantiere den Einsatz einer neuen Nahrungsquelle in 30 Zyklen. In 30 Zyklen? Okay. Äh, okay. Weniger Beine in 30 Zyklen. Können wir da denn? Was forschen wir gerade? Wir erforschen gerade das Datenabhörzentrum und danach dann die Pilzwand. Ja, die Pilzwand, die würde ich dann tatsächlich danach mal angehen. So machen wir das. Hier ist noch was. Jene, die unter der Tote-Erde-Krankheit leiden, durchleben eine intensive nostalgische Melancholie. Nach den Munchi-Pflegeprotokollen könnten Formen des Eskapismus betroffenen Besatzungsmitgliedern helfen. Sektor 1 würde von einem Zentrum für alternatives Leben profitieren. In 10 Zyklen? Das haben wir erlernt, ne? Warte mal, haben wir das erlernt? Ich meine ja. Ich hoffe. Äh, Stabilität? Ja, hier. 5 mal 6. Und du bist 5 mal 7. Das ist gut. Dann können wir nämlich dich einfach mal abreißen. So. Ja, wunderbar. Trainiere 30 Kolonisten und so. Das machen wir alles noch. Das kommt alles noch. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Nicht jetzt. So, weniger Beine. Okay, wir können hier die, können wir wieder anschmeißen. Die brauchen wir auch. Ähm, hier können wir auslassen. Das könnten wir mal anmachen, Silizium, ne? Ja, machen wir das einfach mal an. Weil wir ja 14 Elektronik haben. Das passt eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, wenn du abgerissen bist, dann schmeißen wir euch mal hier dieses Luxusgebäude rein. Hier Zentrum für alternatives Leben. 70 mal Legierung und 1 mal Elektronik. Alles klar, das ist ja. Weil das ist ja kein Problem. So ein bisschen Geschwindigkeit nach oben. Hier wird auch fertig gebaut. Wie sieht es jetzt hier aus? Als 217 zu 235. Hier haben wir jede Menge. Hier drüben haben wir jetzt jede Menge Platz. Heißt, hier oben, dich können wir einmal abreißen. So, zack. Das ist auch schon weg. Dann kommt hier noch ein zweites Gebäude hin. Na? Jetzt. Zack. Sehr schön. Okay, dann brauchen wir natürlich noch jede Menge an Legierung. Da müssen wir mal gucken, wie sieht es denn hier aus? Ähm, nein. Das war der falsche Knopf. Der richtige Knopf ist... Ich weiß es nicht mehr. Einfach vergessen. So, warte mal. Legierung. Legierung wird überall hin verteilt. Das ist gut. Hier haben wir auf 80. Hier haben wir auf 182. Heißt, hier können wir auf jeden Fall einmal ein bisschen runterstellen. Auf 50. Und hier stellen wir einmal runter auf 50, würde ich sagen. So, dann wird auch ein bisschen besser verteilt erst mal. Dann kann ja auch weiter gebaut werden. Sehr schön. So, was ist hier los? Dog 0202. Hier wird abgebaut. Sehr schön. Nachdem die verstreuten Überreste von Cheptals Pilot beseitigt wurden, konnte die Besatzung der Francie Navigationsdaten vom Bordcomputer abrufen. Zweimal Elektronik und 627 mal Eisen. Ei, 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 ei. Untersuche den Grund für die Zerstörung der Cheptel. Ja, machen wir. Das machen wir. So, dann können wir einmal gucken. Hier dürfen wir ja nicht durch. Hier dürfen die kleinen Schiffe nicht durchfliegen. Heißt, wenn wir hier hinten was entdecken, dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das ignorieren. Das kann man nämlich. Eigentlich haben wir auch schon im ersten Sektor gemacht. So, machen wir das einmal, stellen die Geschwindigkeit einmal ein bisschen höher. Und sobald die Sonde da ist, müssen wir hier, was auch immer wir da entdecken, müssen wir ignorieren, damit unsere kleinen Schiffchen nicht hier quer durchfliegen. Und dann werden wir, glaube ich, erst mal das, was hier hinter liegt, werden wir erst mal aufräumen, werden wir erst mal alles mitnehmen. Damit wir dann nach Möglichkeit Weltraumwetter. Hier steht's. Wetterereignisse werden auf der Planetensystemkarte als großflächige markierte Bereiche dargestellt. Sie haben keine Auswirkungen auf die Tycoon und ihre Flotte, solange diese sich außerhalb der Wetterzonen aufhalten. Beachte, dass die Tycoon in einer gefährlichen Zone zwei eventuellen Schaden ertragen kann, dies aber nicht unbedingt auch für deine Flotte gilt. Wichtig! Sollte sich ein stellares Objekt, wie zum Beispiel ein Asteroid, in einem gefährlichen Bereich der Systemkarte befinden, kannst du diesem Objekt über das jeweilige Übersichtspanel ausweichen. Warte mal. Sollte sich ein stellares Objekt, wie zum Beispiel ein Asteroid, in einem gefährlichen Bereich der Systemkarte befinden, kannst du diesem Objekt über das jeweilige... Achso, ja, ja, okay. Dadurch wird verhindert, dass Schiffe automatisch zu diesem stellaren Objekt reisen, wodurch sie vor widrigen meteorologischen Bedingungen geschützt sind. Genau das ist es. Genau das müssen wir eben machen. So, hier wird ein bisschen Eisen noch abgebaut. Sehr schön. Und jetzt sind wir gleich hier. Dann werden wir mal ganz schnell... Direkt hier... ...die Abholung unterbrechen. So. Vermeiden. Sogar ein Planet. Chevy 34. Können wir direkt noch eine zweite Sonde losschicken. Mal gucken, was hier noch so gibt. Hier gibt es Silizium. Ui, ui, jede Menge Silizium. Oh, ja. Na, perfekt. So, dann flitzen wir da nochmal schnell hin. Sehr gut. Und dann gucken wir einmal, was hier bei Dork unterwegs ist. Die Scheptel wurde absichtlich von einem Projektil getroffen. Nach ihrer Untersuchung fand das Team der Francie Fragmente einer Hülle mit dem Emblem der UNO und dem Wort Etemenanki. Bereits für Extraktion 45 Forschungspunkte. Das ist sehr gut. Verlasse Dork 0202. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Was wir jetzt nicht machen sollten, ist die Francie hinten hinschicken. Weil, wie gesagt, hier wird sie zerstört. Und das wollen wir nicht. Das ist ja wohl eine ganz klare Sache. Okay, jetzt müssen wir einmal gucken, ob hier alles gut ist bei euch. Sektor 1. Sektor 6. Unfall. Hier oben. Nicht so schlimm. Nicht so wild. Passt, passt, passt. Eisen, da haben wir hier eine offen, ne? Ja, wir haben so viel Eisen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich weiß überhaupt nicht, wohin damit. Naja. Schaden tut das nicht. Schaden tut das nicht. So, warte mal. Was können wir denn hier jetzt Schönes machen? Wir können einmal hier abreißen. Meine ich zumindest. Mal gucken. 275,50 haben wir also zu viel. Heißt, wir können tatsächlich hier abreißen. Wir können auch da abreißen. Und jetzt müssen wir ganz schnell mal... Oh. Habe ich jetzt verpennt. Verdammt habe ich verpennt. Aber irgendwie hat das jetzt... Aber ist auch interessant. Ist auch interessant. Dann haben wir das mal gemacht. Das hat doch jetzt überhaupt keine Auswirkung. Wofür mache ich denn diese ganzen Sachen? Das verstehe ich ja nicht ganz. Sollte das nicht eigentlich negative Auswirkungen haben, wenn wir bestimmte Dinge nicht bauen? Also wir hatten ja die Aufgabe, das alternative Lebenszentrum zu bauen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ich sehe jetzt keine negativen Auswirkungen. Die sind alle noch einmal ausreichend gut drauf. Tja. Nur dann. Dann lassen wir das. Wenn sie nicht wollen, dann lassen wir das. So, hier haben wir noch mal was. Und zwar das Datenabhörzentrum. Fünf mal sieben. Fünf mal sieben haben wir hier. Mal sehen, wie wir das hier jetzt am schlauesten platzieren. Wir können... Das passt, meine ich, ganz gut, wenn wir das hier hinsetzen. Das Datenabhörzentrum. Und dann können wir... So, einen noch hier. Ja, der passt auch. Siehst du? So, hier priorisieren wir aber. Hohe Baupriorität. Können wir aber natürlich nur bauen, wenn wir hier auch eine Straße haben. Das ist klar. So, jetzt gucken wir mal, haben wir denn hier alles, was wir brauchen? Er sieht jetzt gerade... Oh. Halt, Stopp, Freunde. Siehst du, die wollen nämlich direkt hier durchflitzen. Und hier sehen wir schon rote Pfeile. Nicht gut. Vermeiden. 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 Auch vermeiden. Hier nochmal vermeiden. Da nochmal vermeiden. Und hier auch vermeiden. Ja. Dann ist nämlich sonst ganz schnell Schluss hier mit unseren... Mit unseren Schiffchen. Dann könnten wir eventuell... Ich weiß jetzt nicht, wie weit... Können wir denn Tycoon? Kann hier nicht fliegen. Und hierhin dauert es... Vier Zyklen brauchen wir dafür. Uiuiui. Heißt, wir sollten uns erstmal noch was anderes suchen. Irgendein Punkt, der näher an dem dran ist, damit wir so mehrere... Mehrere... Schritte fliegen können. Ist immer da, wo was Blaues ist. Oder was... Hier ist was Blaues. Okay, das ist genauso weit weg. Haben wir hier irgendwo noch was? Hier? Hier. Hier haben wir noch was. Dann gucken wir noch da mal vorbei. Da können sie auch immer sofort hinfliegen. Also hier müssen wir jetzt nicht drauf achten. Da fliegen sie dann einfach hier fröhlich zwischendurch. Das müsste dann von hier eigentlich auch... Dann können wir von hier erstmal nach da fliegen. Nehme ich an. Mit der Tycoon. Und dann vielleicht von hier nach da. Je nachdem, was sich hier befindet. Falls wir von hier... Falls wir tatsächlich mit der Tycoon hier hinfliegen können. Da müssen wir uns mal anschauen. So, Priorität sitzt hier oben, ne? Genau. Dann brauchen wir hier einmal... Ach guck mal, wir haben ja gar keine weiteren. Hier haben wir gar nicht noch ein Lager. Hier wird geforscht. Reicht das auch? 17. Okay, das reicht. Heißt, wir können dann tatsächlich auch das hier... Können wir erstelle eine neue Nahrungsquelle. Das können wir auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen. Und erstelle eine neue Nahrungsquelle bedeutet ja vielleicht auch einfach nur, dass wir das Gebäude bauen müssen, ne? Das wäre natürlich sehr praktisch. So, wir bauen einmal hier eine Halde hin. Einfach irgendwo erstmal. Das ist nicht so wild. Und zwar für Elektronik. Jo, dann müssen wir hier eigentlich die Priorität setzen, ne? Ja, sonst wird da nichts. So, hier fehlt uns was? Uns fehlt Silizium, weil... Das war natürlich auch doof. Weil wir hier die Sili... Halden nicht geöffnet haben. Hier in diesem System sind 200. 100 sind hier. Sektor 1 haben wir Obdachlosigkeit. Und hier ist noch einer. Okay. Öffnen wir den. Und dann öffnen wir auch noch den. Machen dann hier Silizium rein. Und hier Eisen. So, gucken wir mal. Damit hier der Weg einfach kürzer ist. Gut. Hier haben wir einen neuen von der Elektronik. Das ist auch offen. Sehr schön. Wo wird die Elektronik hin und her geschickt? Elektronik hier. Sollte... Achso, guck mal. Sektor 1, Sektor 2, Sektor 6. Soll mal überall hin verteilen, wenn sie wollen. Hier sollen allerdings 0 bleiben. Achso, können auch nur. Weil wir natürlich hier noch nicht fertig gebaut haben. Das ist klar. Das würdest du jetzt aber gleich hier noch ändern. Sehr gut. So, wie sieht es hier aus mit der... Ach, guck mal hier. Ah, hier haben wir nochmal. Ah, sehr gut. Hier gibt es noch ein bisschen Wissenschaft. Da können wir dann also die Francie hinschicken. Nach Perenti 85. Das ist gut. Dann können wir nämlich die Tycoon, die müsste dann da hinfliegen können. Wie weit wäre denn das? 2,1 Zyklen. Wir haben hier 2,8, 3,0, 1,8. Okay. Heißt, wir müssen... In diesem Sektor hier... Müssen wir... Noch ein, zwei Batterien bauen. Damit ich es nicht vergesse, setze ich jetzt aber erstmal hier das Gebäude hin. So, wunderbar. Und jetzt müsste eigentlich nach hier hin, müsste jetzt eigentlich auch die Elektronik verteilt werden. Wenn wir hier hochsetzen natürlich. Setzen wir mal hier auf 5. Hier setzen wir auch auf 5. Hier setzen wir auch auf 5. Jetzt müssen wir eigentlich jederzeit 5 Mal Elektronik in allen Sektoren haben. So. Aber würde ich sagen, haben wir erstmal genug geschafft für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Xion. Danke euch fürs dabei sein. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön für eure Kommentare. Vielen Dank für eure Likes. Und tschüss.